Hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es gibt ein neues Video hier auf dem Kanal. Ich male wieder mit dir im Atelier. Das bin ich. Und noch überlege ich, was könnte ich heute malen? Aber ich habe tatsächlich schon eine Idee und zwar möchte ich wieder abstrakt malen. Nur diesmal nicht auf Leinwand, sondern auf Gesso-Board. Und das ist jetzt ein ganz spezielles Gesso-Board. Das habe ich von der Firma Ampersand aus Texas geschenkt bekommen. Das ist ein, ja, Malgrund. Gesso ist sozusagen so eine Grundierung. Die wird auf eine Holzplatte aufgetragen und hier ist die Holzplatte nochmal als Museums Series, so nennen die das, auf einen Holzrahmen aufgeklebt, sodass das Ganze so eine schöne Tiefe bekommt und man das so wie im Museum sozusagen hängen kann. Malen tue ich diesmal mit Kreidefarbe von Aquarillic und mit Pinsel und Spachtel und auch mit Wasser, was ich jetzt hier gerade nehme. Ich habe das Ganze, weil das ein sehr kleines Format ist, 8x10 Inches, etwa 20x25 Zentimeter, lege ich das einfach wie ein Blatt Papier auf den Tisch und habe mich entschieden, ja, so ein bisschen an meine letzte Serie anzuknüpfen oder an mein letztes Bild, meine letzte Leinwand anzuknüpfen, die ich auch schon hier bei YouTube geteilt habe. Das war die Ode to Joy. Und da mache ich jetzt einfach eine Serie draus. Das heißt, das wird hier auch ein Ode to Bild. Mehr verrate ich mal noch nicht, damit es bis zum Ende spannend bleibt. Und ich arbeite wieder abstrakt und habe mich entschieden, mit so zwei gegensätzlichen Kreisformen zu arbeiten, gegensätzlich, weil sie unterschiedliche Größe, unterschiedliche Farbe haben und so ein Gegeneinander spielen. Und ja, benutze eine reduziertere Farbpalette als beim ersten Mal und arbeite auch mit Kreidefarbe. Und das funktioniert sehr gut auf dem Gesso-Board. Die Farbe trocknet sehr schnell, steht da sehr gut drauf. Man kann sie mit dem Spachtel sehr gut verschieben. Man kann sie auch wieder, solange sie feucht ist, was nicht so lange ist, auch noch wieder abnehmen und ansonsten dann eben Schicht für Schicht auftragen. Und wenn man jetzt zum Beispiel zwei Farben übereinander setzt, kann man das mit dem Spachtel eben auch so ziehen, dass die untere Farbe auch durchscheint, was ich hier jetzt gerade bei diesem blauen Kreis, bei dem unteren Kreis mache. Und ich versuche immer auch noch so die Form zu definieren, indem ich jetzt auch noch mal von der Hintergrundfarbe wieder etwas dazugebe und den unteren Kreis auch wieder etwas verkleinere. Einfach so, dass es für mich stimmig und ästhetisch spannend ist. Und das Ganze trocknet jetzt und in der Zeit nehme ich Acrylfarbe, also nicht die Kreidefarbe, sondern die Acrylfarbe, gebe die in ein extra Töpfchen und verdünne die ein bisschen mit einem kleinen Schuss Wasser. Verrühre dann das Ganze. Und jetzt würde ich dich bitten, du schaust das schon eine Weile zu, gern den Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Das hilft mir nämlich sehr weiter. Ich habe vielen, vielen Dank. Also vorausgesetzt die Inhalte, die ich dir hier präsentiere, gefallen dir und du möchtest mehr auch noch von mir sehen. Ja, und jetzt fange ich eben an, die verdünnte Acrylfarbe an der Wand am Bild herunterlaufen zu lassen. Ich habe es jetzt an die Wand gehängt, um eben die Schwerkraftrichtung auch für mich günstig zu machen. Ich brauche ja etwas Senkrechtes, nach unten Laufendes. Deswegen habe ich das Bild jetzt einfach an die Atelierwand gehangen und du siehst, die Farbe läuft jetzt in einer neuen Schicht, neue Ebene über das bisher gemalt und gespachtelte am Gesso-Board sehr gut herunter. Das muss dann auch wieder trocknen. In der Zeit gucken wir uns das Bild einfach mal ein bisschen näher an. Und sehen, ja, die Farbe ist noch feucht, das verdünnte Acryl ist auch so ein bisschen durchscheinend. Und ja, von der Optik gefällt mir das sehr gut. Hier siehst du auch noch mal die Kanten, die ich auch einfach so lasse, wie sie sind und das Bild dann auch so an die Wand hänge. Und jetzt kommt die nächste Ebene dazu, die dann auch an mein vorheriges Leinwandbild anknüpft, nämlich die typografische Ebene oder die sprachliche Ebene. Und schon, wie gesagt, ist das jetzt ein neues O2-Bild, was ich dieser Serie hinzufüge. Und ich nenne das Bild Ode to Sadness. Ich male das Ganze mit einem Real Brush Marker der Firma Karin, die ich sehr empfehlen kann. Das ist ein Pigment Marker. Die sind lichtecht, die sind wasserfest, wenn sie aufgetrocknet sind. Und sie haben halt diesen Brush-Effekt, als würde man mit einem dünnen, kräftigen Rot Acryl malen zum Beispiel. Wenn du jetzt auch mal das Gesso-Board von M-Passent oder andere Malgründe von M-Passent ausprobieren möchtest, habe ich dir in die Folgenbeschreibung des Videos auch noch einen Link gepackt. Ich habe einen Amazon-Shop, wo ich dir eine Liste gemacht habe mit M-Passent Produkten. Viel Spaß beim Shoppen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich bin schon wieder am Ende, pack jetzt noch ein paar Sachen weg und freue mich, wenn du mal auf meiner Webseite vorbeischaust.